Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Also, meine Damen und Herren, heute haben wir einen neuen Gast. Wer ist es? Keo. Hallo Roland Düringer. Servus. Ja, grüß euch. Also, wir haben das Bedürfnis, dich vorzustellen und wir sehen auch ein bisschen die Unnotwendigkeit, dich vorzustellen. Aber was macht denn der Roland? Der Roland macht Kabarett und Schauspiel. Dazu ein bisschen was. Wie würdest du dich vorstellen? Also, ich sage immer, mein Name ist Roland Düringer, bin im Jahr 1963 und ich bin freischaffender Schauspieler. Das ist das, was ich sage, wenn man mich so fragt. Ja, aber vom Wesen her, was ich bin, ist das eigentlich, was für mich auch der Mensch an sich ja wäre. Ich bin ein Ideenumsetzer. Also, ich habe irgendeine Idee für etwas im Kopf und dann überlege ich mir, kann ich das mit meinen Fähigkeiten umsetzen? Und das habe ich schon als Kind gemacht. Also, ich war das Kind, was ein riesiges Schachtel gehabt hat mit Lego-Stanern, so wie viele andere auch. Und das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, wenn ich ein neues Lego bekommen habe, einen Bausatz, der dann sein kann, ein Raumschiff, ein Auto oder ein Auto, dass ich dann den Plan hernehme und das baue, was im Plan ist. Ich habe die Stahnen zu meinen anderen reingehaut und irgendwann habe ich die Kisten ausgeladen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit den Stahnen und habe alles gebaut. Von Maschinengewehren, also alles. In meiner Fantasie war das das, dann hat vielleicht nicht so ausgeschaut. Und das ist es für mich. Und das mache ich dann nach wie vor über Ideen, für eine Geschichte oder, ja, meistens sind es Geschichten. Das sind Ideen für Geschichten und dann kann man entscheiden, was ist das? Ist das ein neues Soloprogramm? Ist das ein Kinofilm? Könnte das eine Fernsehserie sein? Ein Buch ist nicht so meins, aber kann ich auch schreiben, wann es sein muss. Das bin ich. Aber nicht nur auf der Ebene. Es ist auch meine größte Freiheit im Winter immer. Die letzten Jahre, jetzt mache ich es nicht mehr, weil ich die Möglichkeit nicht mehr so habe, dass ich meinen Motorraden baue. Also als ich irgendeinen Motorrad hernehme, in der O-Weltz oder in der Neujahrsmodelle, und über den Winter das komplett umbaue. Dass es nicht mehr so ausschaut, wie es original ausschaut und etwas anderes wird. Und das ist ein total kreativer Prozess. Das habe ich mit einem Freund, der auch Mechanik ist, ich bin ein Maschinenbauer, muss ich sagen. Also ich kann das ja. Dann haben wir das geplant und habe die größte Freiheit. Und das ist ein wichtiges Wort, was ich jetzt gesagt habe. Freude. Was ist Freude? Ich habe es mit einem Freund nicht mehr darüber geredet. Was ist eigentlich Freude? Das ist der Begriff Freude. Und für mich ist das wirklich, wenn ich was selber gemacht habe. Und dann steht das Ding, es muss nicht fertig sein, aber in einem anderen Zustand, als es war, bevor ich dran zum Arbeiten angefangen habe. Irgendwo, und ich kann mir das eine Stunde, eine Stunde einfach anschauen. Ich habe das mit dem Lego-Eimer gemacht. Ich habe irgendwas gebaut und dann habe ich das auf mein Nachkastel im Kinderzimmer hingestellt. Und beim Einschlafen habe ich genau das Ding gesehen. Und da habe ich das Gefühl Freude. Ich war Freude mit dem, was ich heute gemacht habe. Wenn ich mir was fixfertiges kaufe oder was nur übernehme von jemandem, hat man vielleicht eine Unterhaltung, man hat einen Spaß, man kann es herzeigen, es ist irgendwie, ja, was man reden kann oder so. Aber diese tiefe Freude, die empfinde ich nur, wenn ich was selber gemacht habe. Einfach am Prozess teilhaben. Der Prozess und das Produkt des Prozesses, wo ich weiß, das habe ich gemacht. Darum behaupte ich, das ist nur eine Behauptung als Außenstehender, dass jemand, der sein Geld damit verdient mit einer Arbeit, wo er irgendwo hinkommt, in einen Raum oder wurscht, wo ich, egal ob er jetzt Gartengestalter ist oder Zimmerer oder Fliesenleger, um 6 in der Früh oder um 7 Uhr fängt man an und man weiß, um 17 Uhr schaut das, wo ich jetzt reingegangen bin, anders aus. Und das nehme ich mit heim. Die Veränderung, die ich praktisch auch vielleicht mit anderen zusammen gemacht habe, das macht einen glücklich. Aber wenn ich jeden Tag an einen Arbeitsplatz komme, wo relativ ein kleiner Schreibtisch ist mit einem ziemlich großen Bildschirm und dann tue ich 8 Stunden lang da irgendwas eintippen. Und wenn ich auf die Nacht dann antrehe und palasse den Raum, er schaut genauso aus, wie in der Früh ausgeschaut hat. Und das macht nicht glücklich, glaube ich, auf Dauer. Da fällt dir irgendwas. Es gibt da vom Hartmut Rosa, so einen Kulturphilosoph, der hat über Resonanz geschrieben. Und es gibt auch ein Buch, Resonanz, und der sagt auch so, wir brauchen Prozesse und Handwerklichkeiten und physische Dinge. Theoretisch könnte man es auch mit virtuellen Dingen haben. Ich glaube, die jüngere Generation, vielleicht hat das auch so eine persönliche Bindung emotional zu virtuellen Dingen. Aber er sagt, das ist wichtig hier, was wir angreifen und unsere Beziehung dazu. Also kann ich nur unterschreiben. Aber wie ist das dann, ich meine, jetzt sind wir schon wieder drinnen, aber beim Kabarett, wenn man ein Stück schreibt, der Prozess, ich schreibe das auch auf ein Stück Papier und dann wird das immer mehr. Sehe ich dann am Abend wirklich, was ich da habe? Oder wie? Das ist leider ein bisschen anders. Also wenn ich vor der Wahl stehen werde, wollen Sie ein neues Stück oder ein Drehbuch schreiben, da wollen Sie dieses Motorrad umbauen, sage ich bitte, lass mir das Motorrad umbauen. Weil dann sehe ich jeden Tag die Veränderung. Das siehst du nicht, wenn du etwas schreibst. Auch wenn sie passiert, aber es ist nicht greifbar, es ist nicht da. Und was noch dazu kommt, du weißt in dem Moment, wenn es dich hinsetzt und da irgendeine Geschichte überlegst, 70 Prozent von dem, was du dir jetzt überlegst und was du an Zeit investierst, ist für ein Missgebe. Das wird es nie irgendwo geben. Du musst aber die 70 Prozent machen, damit du die anderen 30 Prozent rauskriegst. Also das ist wirklich ein ganz anderer Prozess. Jetzt rede ich aber vom Schreiben. Wenn du dann hergehst und das, was geskriptet ist, egal wie es dann ein Theaterstück wieder da füllen, dann geht es ja ans Handwerkliche. Und dann wird es spannend. Selbst wenn du ein Stück dann einprobst, wie machst du es, wie setzt du es um. Auch wenn du an die Figuren arbeitest, Figuren entwickeln, das ist so mein Ding eigentlich, Figuren, Menschen spielen. Das geht dann schon ein bisschen in die Richtung. Auch wenn das Theater, wenn es das Verlust bei der Probe noch immer so ausschaut, aber dann nimmst du trotzdem was mit heim. Es ist in dir eine Weiterentwicklung passiert von einer Sache, die sowieso in dir reifen muss. Weil du musst ja dann die Figur spielen letztendlich. Aber ich bin eher der Handwerker, muss ich sagen. Und weil du das vorher gesagt hast, Christian, dass ja die Jungen das auch machen, noch eher in der virtuellen Welt. Ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Nicht, weil das nicht vielleicht das selbe mit dir macht im Kopf. Weil wenn du jetzt am Computer etwas baust, du kannst dir am Computer auch etwas bauen oder eine Webseite gestalten. Das ist ja egal, das ist ganz egal, so käme ich nicht so aus. Aber ist das ja auch ein Prozess. Der große Nachteil ist nur, du kannst nur mit dem arbeiten, was dir jemand anderen zur Verfügung stellt. Du kannst nur mit den Tools arbeiten, die dir, in dem sind es dann meistens große Konzerne oder Plattformen, zur Verfügung stellen. Und du wirst in dem Moment zum Produkt. Es ist sogar beim Lego ja schon so in Wirklichkeit. Das muss man dazu sagen, wie wir das mal vorgelegt haben. Was anders ist, wenn ich, ich mache das manchmal, weil ich das sehr gern mache, wenn ich in den Wald gehe, dann sage ich, jetzt bin ich drei Tage im Wald. Mit nichts. Messer mit, Schnur mit, Rettungsdecken mit. Dann kannst du nur mit dem, was da ist, was da auch wer anderen zur Verfügung stellt. Aber es ist ja ein Unterschied, ob es die Natur ist, die mir etwas bereitstellt oder ob das menschengemacht ist. Und dann muss ich mit dem, was da ist, einfach mit zurechtfinden. Man muss kreativ werden. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das ist, glaube ich, wird auch ein großes Thema, wenn irgendwann für das, was wir überhaupt sind, dass, jetzt verwende ich einen Begriff, den ich nicht erfunden habe, sondern es nur nachgeprabbelt. Da gefällt mir sogar Daseinsmächtigkeit. Das heißt, dass ich mit dem, was ich kann, so wie körperlich, also geistig, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, einigermaßen selber mein Leben gestalten kann und überhaupt überleben kann. In dem Moment, umso mehr man an irgendwelchen Netzen hängt, die zwar alles einfacher machen, bequemer, die die Möglichkeit geben, andere Sachen nebenbei auch noch machen, weil das eher von selber rennt, bist du abhängig von der Bereitstellung dieses Dings, was auch immer das ist, ob es ein Geschirrspiel ist, das ist vollkommen wurscht. Und ich habe halt immer ein gutes Gefühl gehabt, wenn ich weiß, das kann ich, ich kann das, ich muss nichts Fertiges übernehmen, sondern ich kann mit dem, was ich kann, also sagen wir so, ich kann draußen überleben. Ich würde dich da gerne fragen, weil du hast jetzt eingangs gesagt, dass du schon als Kind da einen sehr freien Umgang gehabt hast, also jetzt meine Worte, aber mit, was kann ich da eigentlich alles tun in diesem Leben? Hat sich zu Beginn vielleicht eben mit dem Lego-Spielzeug gezeigt und so. Und heute scheint das noch immer so, zum Beispiel mit dem Motorrad. Und ich frage mich, ich habe das Gefühl, bei den meisten Menschen eigentlich so über die Jahre beginnt das oft frei, also wenn du ein Glück hast in der Kindheit, beginnt es frei und dann wird es oft enger. Ja, und vielleicht bei dir auch keine Ahnung, aber jetzt, wo du jetzt stehst, wenn du sagst, naja und manchmal treibt es dich dann und dann bis zwei, drei Tage in der Natur, das würden ja jetzt wirklich nicht mehr viele Leute machen. Und warum? Wahrscheinlich auch wegen der Angst. Ich glaube, ich hätte Schiss einfach. Du vielleicht auch, aber du sagst dann, na Moment, die Daseinsmächtigkeit ist mir wichtiger, ich möchte mich hier, oder vielleicht ist da gar keine Angst, oder es ist vielleicht ganz anders. Das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Also das, es ist, also Moment, aber jetzt drei Tage alleine im Wald zu verbringen, drei Tage und drei Nächte mit nichts, wo soll ich da sein? Man kann nur Fahrt werden und ich gehe haben, aber es ist keine Gefahr, nicht mehr Risiko ist da. Es ist eher das, wie kann ich mit mir selber umgehen. Kleber, was sagst du dazu? Die ganzen Sinne werden dann einfach geschärft. Ich kann hier eine kurze Geschichte, eine Erektote aus meinem Leben erzählen. Und du kennst bestimmt diese großen Holzfässer, die man in der Natur hat, wo man drinnen baden kann. Weißt du, das ist so ein Hot-Typ. Ach so, ja, ja, ja. Und das machen Pärchen manchmal, die setzen sich da so ein, in so ein Schaffebord. Und da ist es finster, zum Beispiel, weil du es in der Nacht machst. Und ich habe das einmal gemacht und es hat, auf einmal war ein Geräusch da. Und ich habe mir gedacht, fuck, es war neben einem Wald, da kommt jetzt ein Hirsch oder was, oder ein Wütsau, oder irgendwas, ur was Großes. Und ich habe mir urgefüchtert, weil mir gedacht, wow, das kommt immer näher, dieses Geräusch. Und dann habe ich meine Handy-Nummer, halt die Tatschenlampen eingeschaltet und dann bin ich draufgekommen. Es war einfach ein Igel. Weißt du, wie ich meine, es sind so die Geräusche, das wird ja alles, die Sinne werden ja geschärft, wenn du irgendwo draußen bist. Also es ist ja eigentlich oft gar nicht so schlimm, wie man es jetzt denkt. Nein, nein, du wirst, glaube ich, also meine Erfahrung von der Zeit, die ich draußen verbringe, ist, dass die Sinne geschärft, sondern dass du in einen anderen Modus umschaltest. Das machst du nicht bewusst, sondern es ist in dem Moment Wachsamkeit da. Es ist Gegenwärtigkeit vorhanden und Wachsamkeit, selbst im Schlaf. Also ich kann das hundertprozentig unterschreiben. Wenn ich draußen schlafe, schlafst du nicht ganz anders, als wenn du wo drinnen bist und du träumst auch anders. Also ich habe wirklich, wenn ich draußen bin, total schräge Träume, die aber immer durchspülen, wo ich gerade bin. Also nicht irgendwelche Albträume, dass ich irgendwo davor in einem Pfleger nicht erwische oder was auch immer, sondern ich habe schon eher oft von Begegnungen mit Tieren geträumt, in diesem Zustand von Halbschlaf, was man da ist. Und ich weiß, einmal habe ich mir eine Hängematte gespannt zwischen zwei Bäumen und habe dann geschlafen. Und dann bin ich mir irgendwann in der Nacht, das glaube ich jetzt aber nicht, weil meine Hand ist so rausgehängt aus der Hängematte, da riecht jetzt irgendwas von meiner Hand. Dann bist du total gesperrt, wenn es ist gar nicht ein Reh, dann bist du teppert. Das war sicher nicht, weil ein Reh kommt nicht und riecht bei einem Menschen. Das macht es nicht, das ist so gescheit, sind die. Aber es war für mich surreal, ich war dort oder woanders bin ich gelegen, ich bin im Schlafzimmer drin und habe gespürt, wie irgendein Fisch über mich drüber geht. Und ich bin mir sicher, da war kein Fisch. Aber du trittst auf einer anderen Ebene plötzlich in Verbindung mit etwas, was du nicht verstehst. Es erscheinen so die Waldgeister oder was auch immer. Jetzt bitte jetzt nicht esoterisch, sondern einfach. Da ist einfach eine ganz andere Energie an seinem Ort. Das ist, wenn es in einem Zimmer, in einem Pistat, wo viele Leute sind und so. Aber das hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun, was wir gesagt haben. Nämlich das, dass du es überhaupt machst für dich, weil du über dich selber etwas lernst. Über deine Fähigkeiten und über deinen momentanen und mentalen Zustand, der sich in so drei Tagen draußen auch verändert. Aber warst du als Kind auch schon so eine Person, die gern ausgegangen ist? Ist das etwas, was schon immer in dir war? Ich wäre es gewesen. Du wärst es gewesen. Aber ich habe nicht oft die Gelegenheit gehabt, weil ich bin in Wien aufgewachsen und meine Mutter war zwar aus dem Waldviertel. Und ich war dann oft bei der Große in den Ferien und so im Waldviertel rum. Und da habe ich das irgendwie ein bisschen kennengelernt. Aber sonst, eben meine Eltern, der Vater ist ja schon gestorben, Mutter ist jetzt 87, der Vater war 31 Jahre alt und die Mutter ist ja 35 Jahre alt gegangen. Also, denen ihre Kindheit war nur Angst, logischerweise, wenn man sich in der Zeit aufwächst. Das kann nicht lustig sein. Und diese Angst vor allem, die haben sich auf mich total übertragen. Ich bin nur dazu ein Einzelkind. Also, sie haben immer gut gemeint. Aber es war halt einfach so, dass man sich total beschränkt hat. In dem, was ich eigentlich gern mache oder tue. Darum bin ich dann immer so ein bisschen in der Fantasie. Ich habe da eine geflüchtet. Es war eine kleine Wohnung im 10. Bezirk. Zimmer, Kuchel, Kabinett, glaube ich, 42 Quadratmeter. Da habe ich jetzt ein kleines Kabinett gehabt. Das war mir jetzt immer mehr reich. Und ich bin halt wirklich oft in einer anderen Welt gewesen. Ich war entweder der Winnetou oder war Ritter. Und ich habe das richtig durchgezogen. Ich weiß nicht, wie andere Kinder spielen. Vielleicht spielen eh alle Kinder so, aber ich habe das wirklich. Ich war da woanders. Einer Nacht, als ich schlafen gegangen bin, war nicht so, dass ich mich niederliege im Bett und jetzt schlafe ich oder ich lese noch ein Buch oder was. Ich bin in der Welt eingetaucht. Bis ich dann eingeschlafen bin. Ich habe mich dann nicht eingeschlafen können, weil es so aufregend war. Ich habe so immer das Abenteuer im Kopf gesucht. Da draußen war so wenig Abenteuer. Das hat sich aber dann geändert irgendwann einmal. Aber würdest du sagen, das sind dann quasi schon die Anfänger gewesen, dass du da eine Welt dir aufbaust, wie es halt bei Schauspielern öfter mal so ist? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie andere Kinder spielen. Ich glaube nicht, dass man im Kindergarten sitzt und mit den anderen Kindern so aussieht. Du wissen das, wenn du so allein spielst. Was machst du da, wenn du Lego baust? Redest du mit Lego oder wer bist du und so? Das weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist mir noch jetzt sehr, sehr auffällt, dass ich es gemacht habe. Und ich habe es auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe das sehr verinnerlicht, das, was ich gerade in meiner Fantasiewelt bin. Aber was man ja, glaube ich, auch sagen kann bei dir, ist, dass du diesen kreativen Output, der zieht sich eigentlich durchs ganze Leben. Und da passiert viel, weil da gibt es ja teilweise ein neues Kabarettprogramm pro Kalenderjahr. Also dieses kreative Verlangen, ich weiß nicht, ob das eine gute Beschreibung ist, aber von dem, dass es dann auch ein Beruf wird, dass es dann auch etwas ist, wo man nämlich ja nicht nur das Ding verfasst, sondern es auch performen muss jeden Abend. Du hast uns vorher gesagt, da gibt es dann Aufführungen teilweise, ich weiß nicht, sechs Wochen, acht Wochen oder länger. Jeden, zwei Mal, ja. War mal, genau, aber das können wir dann auch noch für die Zeit danach, interessiert mich auch total. Aber ich denke mal, was macht es einmal überhaupt, dass so viel raus möchte aus einem, das ist ja nicht bei so vielen Menschen, und dann, dass man es auch stemmt unter dem Performance-Druck. Gut, das sind jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Themen, ich werde mit dem ersten anfangen. Ich probiere es aus meiner Sicht zu beantworten. Das kann nur passieren, wenn die ersten Umstände die richtigen sind. Also ich bin sicher, es gibt in Österreich Tausende, die das besser könnten, oder zumindest genauso gut wie ich, aber die haben halt nicht die Gelegenheit gehabt. Die müssen es halt woanders ausleben. Bei mir war es halt so, ich meine, es ist schon mal 1963, jetzt in Wien geboren zu sein, das ist schon mal ein Jackpot im Universum, über das braucht man nicht diskutieren. Und mein Vater war ein kleiner Schneider. Und mein Vater hat im Burgtheater gearbeitet, als Garderober. Das heißt, der kleine Thüringer Buh, wenn der den Papa am Arbeitsplatz besucht hat, ist der im Burgtheater gewesen. Ohne sich irgendwas dabei zu denken, sondern das ist der Arbeitsplatz von meinem Vater. Also für mich war das, was Theater ist, Normalität. Das war nichts, irgendwie was, oh, Theater. Nein, das war der Papa halt auch. Ich habe die ganzen Burgtheater-Granten, die war ich bei der U, die habe ich alle gekannt, die habe ich mich gekannt. Egal, ob der Reinke, der Muli, den Hans Moser habe ich leider nicht mehr kennengelernt, weil der, den hat mein Vater zwar noch angezogen, aber dann ist er im Burgstuhl, der Meinrad, der Sovinetz, ja, wurscht, egal, kann man eine ganze Liste. Und ich bin halt mit sechs Jahren, sieben Jahren wahrscheinlich das erste Mal im Burgtheater in einer Vorstellung dann auch gesessen. Schrecklich für mich. Achso, ich meinte, das kommt jetzt, weil es super war. Nein, nein, überhaupt nicht, weil, man muss ja sagen, wie ich da drin gesessen bin, mein Vater war ein kleiner Schneider, das heißt, er hat mir einen Anzug genaht. Aha, geil. Ich bin in einem Perpita-Anzug, das ist so ein schwarz-weiß karierter Stoff, so dass ich von einem Matchbox-Auto-Bahn die Stadt Süfflag, musst du dir vorstellen, sowas habe ich auch gehabt, da habe ich ein Hose gehabt, ein Bundfaltenhose gehabt, ein Gelee und drüber auch ein Sackgau. Gibt es da ein Foto davon? Nein, ich möchte gar nicht ausschließen, meine Mutter von dem Gehandel, was sie daheim hat. Und die schreckliche war, neben mir ist die Mutter gesessen, im Perpita-Kostüm. Bei dem Anzug war es ein Rest vom Stoff, der sich ausgekommen ist, von der Mutter. Und so sind wir drin gesessen, die Mutter und die in der dritten Rhein-Buchtheater, und die haben auch geschaut, Macbeth, König-Otto-Kost, Glück und Ende, Sören und Bergerak mit dem Reinke, und ich habe nichts mitgekriegt, außer geschaut, und ich habe gesagt, das ist jetzt noch lange. Aber trotzdem hat das was gemacht mit mir, das ist Normalität. Und dann ist aber das wirklich entscheidend in mein Leben getreten, in Form einer Person, die zugleich in großer Verbindung mit einer Sache gestanden ist. Einer der Schauspieler, der irgendwann einmal, da war ich glaube ich wie ein Zehn oder was gewesen sei, an das Burgtheater engagiert wurde, war mein späterer Schauspiellehrer, der Herwig Seeböck. Und das war wirklich ein Wilderhund. Also der hat nichts mit diesen anderen Schauspielern gemeint gehabt. Der war im Gefängnis, der war tätowiert, und der ist Motorrennen gefahren. Der ist wirklich ins Burgtheater hingekommen, mit einem OP-Kathett, wo er Anhänger drauf war, und das ist die Rennmaschine. Und schon, weil er am Nachmittag noch trainieren war. Und mein Vater hat mir das immer erzählt. Und ich, ich weiß nicht, das ist was, was ich nicht weiß, warum das so ist. Also ich bin einmal sicher, ich habe einen Weltrekord aufgehört, schon als Kind, muss ich dazu sagen. Das wissen die wenigsten. Ich bin nämlich weltweit das Kind, das am längsten mit Stützrallen hat fahren müssen, mit dem Vorarl. Aus der Angst der Eltern heraus. Aus der Angst der Eltern, ich könnte ja umfallen. Das heißt, ich habe eigentlich nicht Vorarl fahren gelernt. Ich bin immer, ich werde auf der einen Stützern dahingehauen, oder dann auf der anderen, wenn ich die Arschbocken rausgegangen habe, und bin auf der anderen Seite. Und so bin ich im Park gefahren. Alle anderen Kinder sind wirklich Rad gefahren, oder Trittrohler, und ich bin gang, 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 gerattert. Und habe dabei immer gespielt, wie der Motorrad fahren. Ich weiß nicht, warum. Ich habe immer blum, 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 blum. Und das ist wirklich in meiner Fantasiewelt. Ich war Motorradfahrer. Ich bin bei den Wegen, bin stehenbleiben. Ich habe gesagt, jetzt ist ein Ampel, jetzt muss ich stehenbleiben. Dann habe ich geschaut, ob der Motor herrennt. Ja, super. Und dann ist Grün geworden in meiner Welt. Ich bin weggefahren, blum, 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 bin gefahren. Darum war das für mich faszinierend, dass da jemanden gibt, der jetzt Motorrad fährt im Theater. Und dann hat mir der Herr Seebeck Autogrammkarten von ihm geschickt, wo er auf einer 750er-Hunter-Umsitz in einer gelben Lederkombi hat draufgeschrieben, für meinen Motorradfreund Roland, der war jetzt zehn Jahre alt. Und ich habe ja aber nicht Kontakt zu dem gehabt. Das ist immer noch über Autogramm oder Motorheft oder irgendwas geschickt. Und ich habe mich immer mehr angefangen, für die Motorrad zu interessieren. Weil ich für meine Eltern ein Horror habe. Jetzt passen Sie auf, dass dem nichts passiert. Auf einmal kippt der irgendwie eine ins Motorrad. Was ja für meine Eltern, die haben nichts mit Motoren, gar nie mit so Wurzstuen gehabt. Und dann habe ich den Seebeginn, dann habe ich mich wirklich kennengelernt. durch meinen Vater und dann hat er vor meinem Vater gefragt, auch wenn ich mir zuschauen möchte, wenn er auf so ein Rennen fährt. Da war ich öfter, so. Das ist schon wahnsinnig gern, ja. Und der Vater hat nicht nein sagen können. Das war ja praktisch, das ist ja der Chef der Schauspieler. Naja gut, wenn er mitfahren will, dann ist das eigentlich gefährlich. Du schon, nein, was soll das sein? Dann habe ich mich mitgenommen nach Sitten. Da war 500er WM und er ist in der 250er-Klasse im nationalen Rennen. Da habe ich mitgefahren. Ja, und ich habe das erste Mal mit meinem Limmamotor-Gaseinen gesehen. Nein, ich war weggeschossen. Ich war wie immer da, bist du, das sind Hölten, das sind wirkliche Hölten. Und ein Jahr später fragt der Herr Seebeginn, ob ich einmal probieren möchte. Mit zwölf? Mit zwölf, ja, ja. Bist du auf drei Maschinen gesessen? Ja, ja. Allein? Nein. Ja. Nein, das ist nichts außergewöhnlich. Moment, wir reden das als Spurtgerät. Das ist nicht im Straßenverkehr, sondern ist auf einer Rennstecken. Ja, ja. Und mein Vater hat auch nicht noch, nein, sagen wir, nein. Ja. Und dann war das wirklich, für mich war es total, also sowas von Aufgeregtes kann ich gar nicht mehr sagen. Weil ich habe ja gewusst, wie bocciat ich eigentlich bin. Und ich habe ja nicht einmal gescheit Rad fahren können zu der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, ja. Und dann zeigt er mir sein Motorrad, mit dem er gefahren ist. Das war ein 370er, Suzuki für die 500er-Klasse, hat er da gehabt. Er hat mir erklärt, wie viel PS. Das hat eh 42 PS, aber der Käfer vom Vater hat 36 PS gekauft und das Motorrad mit 100 Kilo steht da mit 42 PS und so. Und ich meinte, wie soll ich mit dem? Und das war so hoch, ich bin aber relativ kurze Füße, ich bin nicht groß und habe kurze Füße. Und die Modulen sind sehr hochbeinig, weil das Geländemodulen sind. Ich bin da aufgeregt, ich habe nicht mehr gewusst, wie das sitzen soll. Ich habe mich damit geholt und so. Und dann haben wir uns den Tag ausgemacht, wo ich es probieren darf. Und da hat er gesagt, nein, das aufgeladen ist schon das Motorrad, fuhre ich mit mir, ich muss noch zu einem Freund zum Hansel fahren, was er anholt. Ich habe keine Ahnung, ob er der Hansel ist. Dann sind wir raus, Richtung große Flände, als die Motorgas einstecken und in der Ketzergassen im 23. Bezirk war der Hansel Motorradhaus Guntacker. Ein Motorradhändler, der nur mit Motorgasmaschinen gekantelt hat. Ein ehemaliger Motorgasfahrer. Da sind wir hingefahren, immer noch immer, nächste Acht. Und da war mir steht dort im Hof, eine Motorradhändler Maschine mit 50 Kubik, eine kleinere. Und der kommt auch, ich sage, möchtest du mich aufsitzen? Ich sage, ja, ja. Und? Passt du? Ich sage, ja, passt. Ich sehe deine. Hat mir der Sebeck eine Motorradhändler Maschine gekauft. Einfach so. Ein 50erl. Dann haben wir einen Helm für mich und ein bisschen ein Gewandl und dann habe ich mich das erste Mal aufsitzt. Und das war für mich der Waldzwölfe. Das war so das, was man vielleicht Initiationsritual nennt, wo du aussitzen wirst in die Wildnis und jetzt stellst du dich deinen Ängsten. Den wilden Löwen, den wilden Igeln, was auch immer. Und dann haben wir ihn da rauf gesetzt und der hat mir erst einmal erklären müssen, wie sich alles funktioniert. Was ist die Kuppung? Eigentlich hätte er am liebsten gesagt, ich meinte, bitte, ich mag eigentlich gar nicht. Also es war wirklich so, es war wirklich so, nein, nicht. Und das habe ich angestarrt, dann ist das so laut, so ein 50erl, das ist ja, das Draht so hoch, so ein zweitaktor, blaue Rauchwolken, das stinkt, das macht vibriert. Und dann haben wir es erklärt, um fünf Minuten beim Wegfahren ist, müssen wir angestohlen, weil das braucht wahnsinnige Drehtzeit, damit das überhaupt wegfährt zu einem Rennmotorl. Da habe ich gesagt, nein, du musst wirklich Gas geben, wenn du nicht Gas gibst, fährt das nicht. Dann habe ich wirklich Gas geben und habe eingekoppelt. Und das Erste, was ich mit meinem Motorl gemacht habe, war Hinterrauhl fahren, weil das hat sich vorhin aufgestellt. Die Füße sind vom Raster runter und du kannst ja, wenn du einmal das Fuhrall in der Höhe hast, kannst du ja nicht mehr mit Gas adren, weil du hängst dich um. Und ich bin gefahren am Bauch liegend auf dem Sitzbankl, ich weiß nicht wie lang, wie es endlos lang vorgekommen ist, bis es irgendwann einmal mit mir umgefallen ist. Und ich habe gesagt, macht nichts, probieren wir es mit weniger Gas. Und dann habe ich das probiert und ich habe mich nicht gefahren. Und von dem Moment an, wo ich dann gefahren bin, war ich wer anderer. Ich war wirklich, ich war definitiv wer anderer. Ich habe auch angefangen, Sport zu machen, habe trainiert für das Motogazfahren und bin zwei Jahre später meine ersten Rennen gefahren. Und das war für mich so das, wo sie wahnsinnig viel in mir, körperlich, in allem, im Bewusstsein, in allem gehen. Und ich habe meine Eltern auch nicht mehr ernst genommen. Es war so irgendwie, es war, ich bin dann viel mit dem Herwig zusammengekommen durch das Motogazfahren. Und dann habe ich auch ein Teil gemacht, Maschinenbau. Weil ich natürlich, meine ich schon vorher, wollte natürlich, dass ich mir die Motoren selber alle machen kann und schneller mache und was weiß ich. Und der Herwig hat damals schon so Theaterkurse gemacht, hat Schüler schon gehabt und hat mich gefragt, ob mich das interessiert. Einmal zugeschauen. Und ich habe mir gedacht, ja, dann schauen wir uns jetzt sowas an. Da war der Waldviertel, das war knapp. Ich habe dann schon die Matura gehabt und habe zum Bundesheer müssen. Aber das war mir alles wurscht, weil mir jetzt noch gegen Motogazfahren, das war für mich alles. Das war alles, ja. Aber wie hat denn das dann eigentlich, ich meine, jetzt sind wir vom Thema sehr weit weg, aber es ist superschön. Nein, wir sind genau beim Thema. Weil dann ist nämlich das passiert, mit dem ich auch nicht gerechnet habe, dass ich dort zuschaue, wie die Theaterunterricht haben. Und ich sehe es dort und denke mir immer, wieso dann ist das so schwer. Er hat ja eh gesagt, was sie machen sollen. Und habe, weiß nicht, bitte frag mich nicht warum, weil, naja, gut, ich bin im Theater gesessen, das ist alles in mir abgespeichert gewesen. Aber nicht auf einer bewussten Ebene, dass ich mir dachte, ah ja, im Burgtag damals, wie ich zugeschaut habe. Nein, ich habe mit den Besten, der Besten, unter Anführungszeichen, mit den Burgtagspielern ganz einmal gerettet. Und mir war klar, dass die, wenn die rausgegangen auf einmal, nicht mehr normal sind, sondern die sind auf einmal komisch. Sie wollen was durchnehmen, sie wollen irgendetwas machen. Wer ist komisch? Die, 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 die Schauspielschüler, es ist nicht auf. Also mein erstes Mal, wo ich auf einer Bühne gestanden bin, war, ich hoffe, dass ich nicht das ausatme mit dem, was ich da alles erzähle, aber das war so, der Herwig war eine Zeit lang drüben in die Staaten in der Schule vom Stressbeck. Ja, das ist Method Acting, hat er gemacht und das hat er irgendwie nach Österreich gebracht. Und da gibt es auch eine klassische Improvisation, die heißt Überschiebt Haus am Meer. Das ist der Titel der Improvisation. Du hast zehn Minuten Zeit, die Geschichte zu überlegen und du weißt, dass er, der Lehrer, von außen dir dreimal ein Zeichen gibt. Das ist immer nur ein Fingerschnippen oder ein Klatschen in die Hände. Das erste ist ein Geräusch, das zweite ist ein Licht und das dritte ist eine Explosion. Und das ist es. Das ist die Information, die du hast. Jetzt musst du die Improvisation irgendwie erarbeiten, was das sein könnte. Der Trick an der Geschichte ist, dass du nicht weißt, wann es kommt. Klar? Es kommt, aber du weißt nicht, wann es kommt. Wenn er besser ist, macht er das erste Zeichen und dann lässt er dich hängen und dann macht er zwei Knöpfe hintereinander. Das heißt, du musst total irgendwie flexibel sein. Das heißt, du musst eigentlich nicht flexibel sein, du musst nur einfach in einer Geschichte drin sein. Und da kommt jetzt das, was ich euch erzählt habe, wenn ich in einer Geschichte, wo war ich in der Geschichte drin? Wird da nichts rausgebracht, wenn ich da bin, wo war ich da bin? Und dann habe ich zugeschaut, wie es alle was spielen wollen. Und das ist alles so triatralisch gewesen. Also Haus am Meer, also da sind immer Leuchttürme, da sind vorgekommen Schiffe, da sind vorgekommen Geräusche. Es war meistens ein Sturm oder was und eine Explosion, entweder hat es ein Schiff zerrissen draußen oder sind sie gegen einen Eisberg gefahren oder sind Einbrecher gekommen oder Pirater. Also total alles theatralisch. Ich habe nur zugeschaut und gesehen, dazwischen hängen die man an, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Weil sie warten nur auf das depperte Geräusch. Und ich habe mir gedacht, das geht dafür einfacher. Indem ich jetzt sprichwörtlich auf die depperten Geräusche scheiße, weil sie keinen Einfluss haben auf meine Geschichte. Ich muss nur frei von diesen depperten Geräusche, seit ich eher mache, diese Zeichen. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich? Und das ist das Rationale in mir, der Maschinenbauer, der sagt, okay, eins und eins ist. Da sage ich, okay, Improvisation heißt Haus am Meer. Was unterscheidet ein Haus am Meer von einem anderen Haus? Weil wenn es heißt Haus am Meer, wissen die Leute nicht, dass ein Haus am Meer ist, brauche ich nicht nur das Haus am Meer spielen. Ist wurscht, ich bin in einem Haus. Und da kann ich dann gleich hernehmen meine Wohnung daheim. Und da habe ich mich dann hingesetzt, habe mir aus meinem Auto über den VWG verkauft, die Betriebsanleitung geholt, habe mich auf den Tisch gesetzt und habe mein Vater gespielt, wie er daheim sitzt und die Betriebsanleitung vom VW studiert. Und damit war ich in einer Welt drin und habe einfach als Mensch was gemacht, etwas zu tun gehabt. Ich habe nichts vorspielen müssen. Ich habe einfach mal das Tour gelesen, wo man die Lampe antauscht, der Raffendruck, wie viel in der ist. Und wie das erste Zeichen vom Herwig gekommen ist von außen, habe ich dann gesagt, ah, schon daheim. Und das war es. Das zweite Geräusch, sonst war ich nichts. Ich habe nichts anderes gemacht, außer den Satz gesagt. Wir haben es alle geschaut, was macht der da. Dann war es das zweite, das war das Licht. Und ich sage, in Kühlschrank machen wir es schon zu, oder? Und dann das dritte war, nein. Nein, Fernschrank nehmen wir halt, nehmen wir gerade den Westler auch. Das war es. Ich habe mein Vater gespielt. Eine reale Situation. Ich komme irgendwann um zehn auf die Nacht heim. Spät, weil ich dem Heuerzehn daheim sein soll. Das erste, was ich mir gemacht habe, habe ich in den Kühlschrank geauft und habe geschaut, ob da eine kalte Milch da ist. Ich habe oft vergessen, den Kühlschrank zu machen. Und dann wollte ich noch fernschauen. Ich habe gesagt, nein, Freund, du hast morgen Schuhe. Du tust jetzt nicht mehr fernschauen. Und das habe ich gespielt. Ich habe mein Vater gespielt. Und daher habe ich gesagt, du kannst das. Weil du spielst nichts. Dann sage ich, na ja, mein Vater habe ich gespielt. Ja, aber das ist, du wüsst nichts. Und dann habe ich mir gedacht, aha, Mann, das so ist. Und dann habe ich Blut gelegt. Und dann bin ich immer auf die Bühne gegangen, improvisieren, mit derselben Strategie. Ich muss einfach, ich muss sein. Ich muss, ich darf nichts spielen anfangen. Also ich muss einfach irgendwas sein. Ich muss so sein, wie der Hund auf der Bühne. Weil wenn ein Hund im Buchteater auf die Bühne geht, da können die alle angehen. Weil kein Mensch schaut mir auf die Schauspieler, weil jeder schaut auf den Hund. Weil der Hund spielt nichts. Der Hund ist interessant. Weil der Zuschauer weiß nicht, was der Hund als nächstes macht. Beim Schauspieler weiß er, er kann sogar Mittel in den Reklern. In der Regel. Es ist nichts vorhersehbar. Ich kann mir gerade vor, als würde ich Schauspielunterricht kriegen. Ich glaube, wir kriegen ja Schauspielunterricht. Ja, super. Aber verstehst du, was ich meine? Diesen Unterschied. Und dann habe ich gesagt, hörst du, das interessiert mich total? In dem Moment. Und ich habe dann natürlich, ich war schon immer ein lustiges Kerlchen, muss ich auch dazu sagen. Also ich war kein Kind von da. Ich habe immer gerne Witz gemacht und blöd. Und natürlich habe ich dann immer meinen Anspruch auf, wenn ich raufgehe, muss lustig sein. Also irgendwie, und das gelingt mir. Und die anderen wollten immer tragisch sein oder gut sein oder was. Und ich wollte auch, es war wurscht. Und da war ein zweiter Bursche dort. Der war auch so. Und wer war der zweite Bursche? Der war der Herr Dorfer. Aha. Da haben wir es. Das war der Herr Dorfer. Der war damals auch auf einer Schauspielschule. Der hat ein bisschen Pantomime und so gemacht. Und hat auch beim Herwig einen Kurs gemacht. Und mit dem habe ich mich sofort gut verstanden. Wir haben nur mehr blödelt mit zwei. Wir haben den ganzen Kurs nicht mehr ernst genommen. Und da hat sich der Herr mich dann schon gar geärgert, weil er gesagt hat, es ist wahr. Wisst ihr, was ihr seht? Nein? Ich sage nicht. Ihr seid Kandinen-Schauspieler. Und ich habe gesagt, okay, was ist das? Das sind die, die in der Theaterkantine furchtbar die Goschen aufreißen und auf der Bühne bringen sie nichts zusammen. Und ich habe gesagt, na gut, schauen wir uns aber auch. Und dann war es so, dass ich mich mit Fredi gut verstanden habe und ich zum Bundesheer müssen. Und dann haben wir gesagt, na ja, wenn ich zurückkomme, habe ich alles aufgeschrieben, was dort passiert, wenn ich mache ein Stückchen drüber. Und das haben wir gemacht. Das war das erste Schlauerei-Programm, wo ich dabei war. Das war ein Donbets von links. Und so bin ich da reingeraten. Und alles andere ist von selber geringt. Also noch einmal. Es passiert immer, das, was mit dir passiert, ein Teil von dem, was du vielleicht wirklich bist, aber die wenigstens haben das Glück, dass sie das dann auch wirklich in irgendeiner Art und Weise umsetzen können, weil sie nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und bei mir hat halt wirklich alles passt. Alles das, was nachher passiert ist, ist eigentlich nicht mein Verdienst. Sondern das hat sich einfach aus. Das eine hat das andere ergeben und irgendwann bist du dann dort, wo ich eine Zeit lang war. Und wo ich dann aber gemerkt habe, da will ich nicht mehr sein. Kannst du kurz mal sagen, wie ist das, da ist so ein ganz bestimmtes Interesse, das du, glaube ich, am einzelnen Menschen hast, an diesem konkreten Schicksal, in das du ja dann immer wieder auch so eintauchst. Jetzt hast du deinen Vater genannt, wo der Fernseher stört, unter Anführungszeichen genau. Aber das, finde ich, ist in vielen deiner Rollen, dass du auf einmal genau dieser Mensch bist. Das heißt, du musst wissen, was da abgeht und woher kommt dieses Interesse? Ich habe immer schon gerne Leute beobachtet. Also ich habe auch Freude daran gehabt, Menschen zu beobachten bei dem, was sie tun. Und nebenbei war es so, abgesehen von den ein paar Vorstellungen, die ich im Burgtheater gesehen habe, wo ja alles künstlich ist und nichts mit der Realität zu tun hat, habe ich fern geschaut. So wie halt alle anderen Kinder auch. Und dazu Sachen geben, die ich lieber gesehen habe und mache die schlechter. Ich fand aber, was mich interessiert hat. Und ich habe schon damals immer ein Gefühl dafür gehabt, der, der da jetzt spielt oder sie, die spielt, die ist das oder da spielt mir jetzt wieder was vor. Das habe ich einfach gespielt. Und mein Ansatz war, ich darf niemandem noch was vorspielen, ich muss das sein. Und das geht aber nur, wenn du sämtliche Eitelkeit ablegst und dich wirklich auf diese Figur, die du entwickelst, einlässt und nicht auf Distanz gehst und in den Leuten sagst, naja, in Wirklichkeit bin ich ja gar nicht so. Nein, du musst dich wirklich darauf einlassen. Und das mache ich total gern. Weil das ist ja auch die Freiheit, die meine Tätigkeit als Schauspieler mir gibt. Ich kann zwei Stunden lang machen, was ich will und kann es mir beißen. Das heißt, ich kann die größte Drecksau sein. Ich kann alles das, was ich normalerweise im Alltag zurückhalten muss, das kann ich auch so lassen. Also ich bin wirklich frei, ein richtiges Arschlag zu sein. Wie zum Beispiel der Herr Breitfuß, den ich da spiele. Also ich verabscheue solche Leute, das ist für mich, das ist, ja. Aber trotzdem ist das ja in mir drin. Es ist nicht so, dass ich das nicht bin. Nur das ist das, was ich zurückhalte. Der Serienkiller bin ich auch. Ich halte ihn nur halt zurück. Aber du entwickelst ja die Rolle. Wie schaut so ein Prozess zum Beispiel aus? Zum Beispiel beim Herrn Breitfuß. Bis du dann durchsetzt und sagst, aha, so könnte der sein. Der hat so eine Frisur, der hat jetzt die Kleidung an. Und dass ich da wirklich drinnen bin, das braucht ja alles. Oder wie läuft das ab? Das Depperte ist, dass es da keine einfachen Erklärungen dafür gibt. Weil es gibt so viele Methoden, eine Figur in dir zu finden. Das ist je nach Schauspielsystem, was du gelernt hast oder wie du das machst, was für Lehrer du gehabt hast, ist das sehr unterschiedlich. Ich habe das Glück gehabt, dass die Schauspielschule, die ich besucht habe, eine freie Schule war, wo wir Schüler und unsere Lehrer selber aussuchen. Ja, das war sehr cool. Also ich habe sowohl abgedeckt gehabt, dieses Method-Acting, was der Herwig gemacht hat, aber das Glanz-Theater, dieses Lecoq-System von den Franzosen, wo ja alles übertrieben ist. Also das eine ist das Gegenteil vom anderen. Aber beides ist, wenn das Ergebnis da ist und es stimmt, stimmt es. Das heißt, ich kann eine Figur, so wie du jetzt gemeint hast, total rational entwickeln. Das heißt, ich sage, okay, was ist die Rolle? Die Rolle ist ja noch nicht die Figur. Die Rolle ist ja die Rolle. Das ist ein weißes Blattpapier mit schwarzen Punktern. Mehr ist das nicht. Und ich muss jetzt das zu einem Menschen machen, was da steht. Dann kann ich hergehen und sagen, okay, kenne ich irgendwen, der so ist? Kann ich den nehmen als Referenz, die Figur? Da muss ich mir aus mehreren, die können irgendwie was zusammenbauen, etc., etc. Was für ein Kostüm? So ganz rationell. Ich kann aber auch hergehen, und das ist ja für mich die viel spannendere Geschichte. Ich kann eine Figur entwickeln, ohne dass ich jetzt weiß, was das auch werden wird dann für eine Rolle. Aber für mich eine Figur entwickeln, die dann da ist, wann ich sie brauche. Und das kann ich zum Beispiel machen über Farben, über Elemente. Das ist ein anderes System. Das ist auch das, ich mache manchmal so Schauspielkurse. Einmal im Jahr im Waldviertelung beim Alf Graulitz. Und dann zeige ich ihnen das, wie das geht den Leuten, die da mitmachen. Du kannst einfach, es ist ganz, ganz einfach. Du stößt einfach vor, vor dir ist ein Pool, und da ist aber kein Wasser drin, sondern es ist eine Farbe. Nicht störe du vor, was für eine Farbe bist du drinnen. Ist es ein Rot, ist es ein Orange, ist es ein Grün? Und genau was für eines ist es? Und dann schaust du dir das an. Du schaust dir einfach nur das an. Ohne jetzt anfangen nachzudenken. Ohne Psychologie. Du schaust dir nur dieses Grün an. Und dann gehst du langsam die Stürgen von dem Pool ein. Du tauchst immer mehr in dieses Grün ein. Aber das ist eine angenehme Flüssigkeit, das stinkt nicht, das hat eine angenehme Temperatur. Du gehst da einfach isne gerne ein. Und dann kommst du ein und du kannst da drinnen Schwimmbewegungen machen, schaust wie das ist, wenn dieses Grün jetzt in dem Fall auf deine Hände ist. Okay, wie fühlt sich das an, das Grün? Und dann kommt der Punkt, das ist die Grenze, die du überschreiten musst, dass du auch eine gehst in das Grün. Das heißt, der Kopf taucht unter. Und siehe da, du kannst atmen, es ist kein Problem. Also die Angst vor dem Ertrinken gibt es dann nicht mehr, du bist dann wirklich da hinten, schwimmst in diesem Grün umeinander. Und dann hast du die nächste Aufgabe, irgendwann bist du nicht mehr der Gegenstand im Grün, sondern du merkst, du bist das Grün. Und dann kommt irgendwas in dir. Und das musst du zulassen. Und wenn du das zulässt, egal was das ist, ob das jetzt ein Ton ist, den du machen willst, ob das Bewegungen sind, die du machen willst. Vielleicht fangst du irgendwas zum Reden, eine Geschichte zu machen, ist es ganz egal, was es ist. Das ist es dann, weil das ist dein Grün. Und die schwierige bei so einer Aufgabe ist, dass du eben reingehst und nichts tun willst. Wenn du schon einen Vorsatz hast, ah, ich möchte jetzt das Grün, und dann schauen noch andere zu, wie du die Übung machst, und jetzt willst du es besonders gut machen, scheiß Theater, dann bist du beim Theater spielen. Wenn du aber eintauchst, und es ist vollkommen wurscht, wie das nach außen wirkt, du musst einen Effekt haben in dir. Dasselbe kannst du machen mit den Elementen, dass du dir vorstellst, du bist ein Baum im Wald und stehst. Wie spürst du es an, ein Baum zu sein? Oder du legst dich am Boden und hast ein Stück Kohle im Bauch drinnen, das glüht und es wird immer größer, die Flamme. Es ist immer größer, es breitet sich aus, das Feuer, es wird immer wärmer, und irgendwann einmal kommt der Punkt, wo du das Feuer bist. Und dann steht das Feuer auf. Und du spürst, du bist die Flamme. Was für ein Geräusch macht die Flamme? Was will uns die Flamme erzählen? Das sind alles die Sachen, die du von außen, von dem Trainer, der das mit dir macht, der gibt immer Hinweise. Mach jetzt das, probier das, probier das. Und nur du musst drinbleiben, du darfst nicht raus sein. Und dann passiert was, und dann hast du irgendwann einmal ein Repertoire von Farben, von Elementen, von Tieren, was auch immer. Und wenn es heißt, wollen sie diese Rolle spielen, dann lächst du dir das durch und sagst, ja, da habe ich was. Und dann bittest du das an. So arbeite ich. Aber musst du dann, bevor du die Rolle zum Beispiel vom Herrn Breitfuß spielst, quasi in die Übung reingehen? Also du stößt da durch? Nein, muss ich nicht mehr. Musst du nicht mehr? Das muss ich nicht mehr. Das ist so, kannst du Auto fahren? Ja, sehr gut sogar. Oh. Na gut, okay. Nein, du kannst Auto fahren. Du weißt aber noch, wie es war, wie du angefangen hast zum Auto fahren in der Vorschule. Anfahren am Berg, do you remember? Ja, ja, klar. Genau. Wo das Spiel zwischen Gas und Kuppel und ganz wichtig ist, wenn du stirbt, oh, der rollt zurück, oder mit der Handbremse, ich weiß nicht, wie es das du gelernt hast. Und dann tust du dich eher lang konzentrieren auf das, wenn du heute Auto fährst, denkst du noch, dass du Kuppelst? Nein, das ist einfach da. Das ist in dir gespeichert. Und du musst so trainieren als Schauspieler, das ist jetzt mein Ansatz, es ist nicht so, dass sie das alle so machen. So mache ich das. Du musst immer so trainieren, dass es immer da ist. Das heißt, zack, ist das da. Du brauchst nicht dann sagen, ah, könnte ich ein Orange machen. Nein, du lässt und sagst, okay, Orange. Ich habe jetzt eine Rollen gehabt, beim Tatort war ich jetzt irgendwann einmal. Ja, da haben wir das da gelesen, haben wir gedacht, naja, gut, der Text ist jetzt nicht so, dass der Dichter fürst war er nicht. Aber was ist das eigentlich? Was ist das da? Was ist das? Ja, und dann habe ich gewusst, was für eine Farbe das ist. Was ich da lese. Und dann bin ich in die Farbe reingegangen, meditativ, und dann habe ich die gespielt. Und da kannst du nichts mehr vorstellen, weil es ist immer gleich, wer kann die Farbe? Mir braucht keiner was erklären. Das ist aber mein Orange. Wenn ein anderer ein Orange macht, ist das ganz was anderes. Ich möchte dich fragen, viele kennen dich vor allem über diese Filme und das Kabarett, was vor, ich sage mal, ungefähr 20 Jahren oder was, schon eine Zeit lang her. Ja, 40, nicht ganz, aber fast. Na boom. Anfang der 80er Jahre haben wir angefangen. Ich bin mal, aber mit den Zahlen habe ich es nicht. Ja, ja. Aber für mich gibt es was anderes, was sehr relevant war, mit dir zu tun hat, nämlich, das ist ein bisschen über zehn Jahre her, und das ist diese Wutrede. So, ich würde gerne wissen, auch hier habe ich eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, wir haben uns gedacht in der Vorbereitung, dass Charaktere mit Leidenschaft und Wut, die hast du immer wieder mal gespielt. Aber für mich ist das so eine ganz bestimmte dreiminütige, vielleicht dreieinhalbminütige, fokussierte Sache, wo es so auf den Punkt kommt. Mich würde interessieren, was ist da passiert. Und das andere, muss ich kurz vorlesen, es sind nur fünf, sechs Worte, du sagst da unter anderem, sagst du, in Wirklichkeit sind wir freie Individuen mit einem Geist und einer Seele. Und da habe ich das Gefühl, da kommt deine Haltung raus. Und da will ich auch gern was hören davon. Was auch immer deine Assoziationen sind. Also zu diesem Event ist lustig, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch ein Interview gegeben und bin genau das Gleiche gefragt, also auf diese Wutrede. Warum das jetzt so ist, bitte, wir reden, das ist ja zehn Jahre, oder was? Ja, 2011. Aber das dürfte jetzt irgendwie wieder so ein Thema. Es dürfte momentan ein Thema sein, ja. Was war das? Jetzt rein formal, das war die letzte Sende von Fredisdorf aus Donnerstag. Und er hat mich gefragt, ob ich in seiner letzten Sendung zu Gast sein möchte. Und wir haben das immer so gemacht, dass dann der Gast, in dem Fall war ich das, so ein bisschen Ideen einbringt, um was könnte es gehen in der Sendung, wo sind die Themen rundherum, etc. Und das war so eine Zeit, das war ja nach der Finanzkrise schon, wo die Leute gemerkt haben, alles, woran sie geglaubt haben, fangt jetzt an, schon langsam zum Zerbröckeln. Das hat jeder gespürt, da kommt jetzt irgendwas, das ist nicht wirklich ideal für uns. Also es wird nicht mehr besser jetzt. Und da entsteht natürlich eine Wut, eine gewisse. Und befeuert auch durch die Möglichkeit der Vernetzung über die sozialen Medien und Internet und so. Heutzutage haben sich alle möglichen Leute irgendwelche Geschichten gebaut, was jetzt eigentlich gerade passiert und wer schuld ist und was weiß ich, etc. Und dadurch entsteht diese Wut auf irgendjemandem. Du brauchst die Wut, Wut musst du auf irgendjemandem. Und dann kam irgendwie dieser Begriff des Wutbürgers auf. Damals, das waren Leute, die gegen gewisse Machenschaften stemmen, wütend sind, auf die Straße gegangen. Da wurde das Occupy Wall Street zum Beispiel, das hat es in Österreich dann auch gegeben. Nicht Wall Street, sondern am Stephansplatz war das eine lustige Veranstaltung. Und ich habe das gespürt, dass es rundherum passiert. Dass es rundherum passiert, dass die Leute einfach, und dass es dann die gibt, die dann komplett in das eine kippen und es wird zum Lebensthema. Ja, die bösen Banken, die bösen Eliten. Also, das wird so ein Thema. Und ich habe natürlich einen Spül so einen Typen, der, das war ja, in der Sendung war ein Filmbeitrag, wo es so ein Spiel, der so eine Wutbürgerveranstaltung macht, da ist aber niemand. Da sind fünf Leute, einer schläft, einer ist der Schnitzel hoch zu und er erklärt groß draußen die Welt, was jetzt alles zu tun ist. Und dann ist diese Figur, die in der Wiederzuspielung war, gekommen auf die Bühne und hat ein Interview gegeben dem Herrn Dorfer. Und ich habe gesagt, pass auf, Vettel, wir machen jetzt eins. Sogen wir den Leuten vorher, ich wäre sie dann, der Herr Thüringer würde sie auffordern, etwas zu rufen, das machen sie dann. Und dann war der Moment, wo ich diese Figur gespielt habe und auf einmal habe ich mir gedacht, und jetzt, zack, jetzt wird es ernst. Und ich habe das einfach total gebrochen und auf einmal haben die Leute das Gefühl gehabt, das steht der Herr Thüringer da. Und ich habe gesagt, das will ich nicht, das will ich nicht, wir sind wir dann, bumm, bumm, passt auf. Und wir sind wütend. Und dann haben die alle, wir sind wütend, geschrien. Und da sind der Fett und ich gestanden auch, weil wenn 300 Leute schreien, wie bei einer Demo, wir sind wütend, haben wir uns gedacht, nein, das war jetzt amtlich. Und das Orge bei dieser Wutrede war nicht das, was wir gemacht haben, sondern die Reaktion darauf. Nicht die Reaktion vom Publikum, sondern die Reaktion, in die Zeit im Bild wurden sie mitzahlen, ins Ö1-Mittagsjournal, wo es worden ist, der Standard hat gleich irgendwas schreiben müssen. Das heißt, da haben die gemerkt, das ist jetzt real. Also das hat einen Sprung von einer Satiresendung in die Realität gemacht. Ich kann das Interview geben dazu, weil das ist ja Satire gewesen. Aber es ist was passiert. Und das, was du da gesagt hast, wenn es ein Individuum mit einem Geist und einer Seele etc. Wo es auch immer diese Seele ist. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das, was wir wissen, über uns, was wir sind, was wir über die Welt wissen, was wir über das Universum ist, ein Schaß ist, wir wissen gar nichts. Wir bauen uns nur jetzt momentan gewisse Geschichten, um etwas zu erklären. Was der Mensch immer gemacht hat, und es hat immer funktioniert. Wenn man behauptet hat, es gibt Himmel und Hölle, und eigentlich ist die Frau ja nur aus der Rippe vom Adam entstanden, hat das 2000 Jahre jeder geglaubt, und wer was anderes gesagt hat, war ein Volltrottel. Also wissen da man gar nichts, aber nachdem mir niemandem erklären kann, was ist Leben eigentlich, warum ist etwas belebt und warum ist etwas tot, was ist der Unterschied? Und das kann mir keiner, ich habe noch keinen gefunden, dass man das genau erklären kann, was ist Leben eigentlich, muss das wohl sein, was ich nicht verstehe. Und vielleicht gibt es eine Ebene, die wir gar nicht, jetzt noch nicht kennen. In 100 Jahren, die Trottel haben damals geglaubt, ha, 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 kann ja auch sein. Wir wissen es nicht. Nur diese Demut vor der eigenen Ahnungslosigkeit, die habe ich ganz einfach. Und wenn ich jetzt sage, da gibt es etwas Geistiges, da gibt es vielleicht etwas wie eine Seele. Weil das eine ist der materielle Körper. Bei dem kenne ich mich relativ gut aus. Weil ich habe viel Sport gemacht, da weiß ich, was man tun muss, damit der Körper das und das macht, was wir nicht mit dem machen, der, 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 der. Auf einer anderen Ebene aber, ist mein Körper, wenn ich mir mein Blut ausschehe, im Dunkelfeld-Mikroskop zum Beispiel, sehe ich, dass mein Blut nicht einfach eine rote Flüssigkeit ist, die halt gewisse Inhaltsstoffe hat und Werte oder was, sondern das lebt. Da sind rote Blutkörperchen, da sind weiße Blutkörperchen. Da ist mein Immunsystem drinnen. Da sehe ich Pilze, die in mir drinnen sind. Ich sehe Keime, Viren sichtbar nicht, das sind sklade, sichtbar nicht. Ich sehe im Dunkelfeld-Mikroskop Lebewesen, die in meinem roten Blutkörperchen drinnen leben. Und in dem Moment, wo mir das Blut abgenommen worden ist, sonst könnte es auch nicht ausschauen, überreißen die, dass irgendwas nicht stimmt und verlassen dieses Blutkörperchen und suchen irgendwo einen Unterstand, wo sie sich verstecken können. Und dann sehe ich, wie das Immunsystem anfängt, dieses Ding, was aus der Zelle raus ist, wirklich zu jagen. Die umzingeln das. Und dann kommt so ein weißer Plumperquatsch, ein weißes Blutkörperchen und frisst das, was raus ist, einfach zusammen. Das heißt, in mir ist ein Universum, ein lebendiges Universum, das bin ich. Auch auf einer ganz anderen Ebene. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich denke, oder was ich mir denke, wie die Welt ist. Ich kann mir das auch schon, das ist in mir. Dann sehe ich einen Pilz umeinander schwimmen. Der ist schön, so ein Pilz ist nicht schön. Der schillert in alle Formen. Das ist wie ein Unterwasser-Lebewesen, ganz tief unten im Meer. Aber das ist leicht und das schillert. Das ist total schön zum Ausschauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du dich so gut mit deinem Blut auskennst. Ich habe mir das angeschaut. Auskennen tue ich mich eh nicht. Aber ich habe mir das angeschaut, wenn du siehst, was ist. Und in dem Moment weiß ich, okay, da gibt es eine ganz andere Ebene, mit der ich nicht einmal noch irgendwie in Berührung kommen kann, weil ich es nicht gesehen habe. Und ich bin ein Gefüge von Beziehungen, von Kleinstlebewesen, die miteinander in Beziehung stehen. Also nicht nur im Guten. Die haben Konflikte, tragen die aus, die kooperieren miteinander. Das bin auch ich. Und das Geistige ist, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, ohne dass wir etwas wirklich noch gesehen haben, es trotzdem schon vorher zu sehen und es ist das, was es ist, zu erkennen. Ich sage nur, das Atom. Das hat schon ein Grieche gesehen, da hat noch keiner in die Materie reingeschaut. Und er hat gesagt, das gibt es. Der hat das aber nur aufgrund von äußeren Entdeckungen, die er gemacht hat, hat er sich ausrechnen können, da gibt es irgendwas drinnen, das nennt er das Atom. Jetzt weiß man ja, dass es auch wieder ein Blödsinn ist, dass man noch viel weiter reingeschaut hat. Also wir haben die Möglichkeit, auf der geistigen Ebene, Dinge, die in uns drinnen sind. Oder vielleicht sind die auch außerhalb von uns, wir sind nur die Empfänger davon, zu materialisieren. Und wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust, das beruht nur auf Geschichten, die wir uns erzählt haben. Nicht auf Wahrheiten. Es sind immer nur Geschichten. Es hat sich jede Kultur eine Geschichte, über sich selbst erzählt, was sie eigentlich ist. Sie haben alle die Geschichte, wie sie entstanden sind, was ihr Auftrag ist, wer die Götter sind, was sie eigentlich ist. Sie erzählen Geschichten. Menschen erzählen sich Geschichten. Das Wichtige ist nur, dass alle an diese Geschichten glauben, weil sonst haben sie ein Problem. Du musst diese Geschichten so lange wie möglich am Leben erhalten und durch materielle Dinge auch sichtbar machen. Egal welche Religion, es ist immer dasselbe. Und wir sind jetzt nicht anders. Einmal mit sagen, jetzt sind wir ja so rational, jetzt ist ja alles andere, das ist ja Fiktion, das ist ja Fake News. Nein, es ist alles Fake News, wenn wir nichts wissen. Es ist alles immer Fiktion, nur der Mensch kann damit sehr gut, dass er mit der Fiktion, mit der Idee von etwas, das er im Kopf hat, wirklich Zukunft gestalten kann, Kulturen, Gesellschaften formen kann. Das beruht nur auf einer Idee. Wurscht, ob das jetzt der Sozialismus war. Das ist eine Idee. Das ist nicht irgendwas, was real ist. Es gibt keine Menschenrechte. Das ist etwas, was wir im Kopf haben. Wenn du im Wald draußen bist und es kommt nicht der Egel, sondern es kommt eine führende Bache, also eine Sau mit Frischling und die hat Angst vor dir, da gibt es kein Menschenrecht. Entweder du hast einen Pumperer einstecken und kannst es da schießen oder sie schlitzt dir auf. Das ist Leben. Also diese Ansprüche, die wir stellen, die wir haben als Menschen, das ist alles vollkommen absurd. Auf einer gewissen Ebene ist es vollkommen richtig, dass das so ist, dass man so sagt, es gibt Menschenrechte, es gibt Kinderrechte, ja, ja, aber es kann so gehen und es gibt gar nichts. In der Ukraine gibt es jetzt keine, da gibt es gar nicht keine Rechte für irgendwas. Da kannst du schon sagen, du schaffst es, aber du schaffst es nicht. Das ist auch eine Realität. Und warum ich dann manchmal so mich aufrege, so wie ich jetzt fast schon mich da einreden ist, dass einfach diese, nein, es ist kein Wut, aber diese unglaubliche Überheblichkeit von Leuten, die sich eigentlich wahnsinnig gut erwischt haben, die mit dem allen nichts zu tun haben, die aber glauben, sie können einander erklären, was sie zu tun haben, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist momentan eine Tendenz, wo wir wirklich dann die Kabe noch aufsprengen. Wenn man denkt, Freunde, woher habt ihr das Recht zu sagen, was andere zu tun haben und was ist richtig und was ist falsch. Das habt ihr nicht, nur weil es euch so gut geht. Das geht nicht. Das kennt ihr nicht, das geht einfach nicht. Das ist nicht meines Achtens, nicht rechtens, weil das kommt wie ein Bumerang irgendwann zurück. Verstehst du ungefähr, Ja, aber geht es da um Autorität? Also dass man das... Du hast jetzt ein wichtiges Wort gesagt. Es geht, im Prinzip geht es um Autorität, es geht nur um die Definition von Autorität. Worauf beruht eine Autorität? Beruht sie auf Kompetenz? Dann ist nichts in Frage zu stellen. Bitte, wenn ich eine Bergtung mache, was ich nicht mache, und ich habe einen Bergführer, der den Berg in und aus nicht kennt, der die Wetterfeinde sich dort kennt, alles weiß, dann ist der die Autorität. Da brauche ich nicht darüber diskutieren, weil der kann das. Aber wenn noch jemand behauptet, er ist die Autorität, weil er einen sozialen Status hat, weil er ein gewisses Gewandel hat, weil er einen Titel hat, oder weil er eine gewisse Gruppe angehört, mit welchem der politischen Entscheidungsträger der letzten 20 Jahre würdest du gerne eine Bergtung machen und in Gefahr geraten, wer von den Gesichtern, die wir kennen im Parlament, wem desto vertraut ist, der da rausgeholt, da fällt mir keiner ein. Und das ist der Unterschied zwischen einer Autorität, die auf Kompetenz beruht, oder eben nur Autorität, die mir von anderen verliehen worden ist. Wurscht doch was, durch eine demokratische Wahl, oder weil sie alle vor dir greuen. Ich weiß nicht, meine Mutter, also für die ist ein weißer Mantel praktisch, das ist die Obrigkeit. Und wer den meisten Mantel hat, bitte, Herr Primat, oder Herr Doktor, das ist einfach da noch so drinnen. Das funktioniert gut, das funktioniert scheinbar gut. Weißt du, warum dich das so irritiert oder so stört? Gab es da bestimmte Momente, wo du dachtest, eigentlich, das ist nicht, das macht keinen Sinn, dass das so... Nein, es kommt daher, dadurch, dass ich Sport gemacht habe, auch jetzt sage ich mal, in gewisser Art und Weise auch Leistungssport. Also ich habe das über ein paar Sachen gemacht, jetzt habe ich wirklich, wann ich es mache, mache ich die Sachen dann sehr extrem. Das war so beim Motorradfahren, das war auch wie für ein Programm, extra meinen Körper trainiert und wie ein Bodybuilder, wie ein Boxer. Und dann habe ich das wirklich so gemacht, wie das ist und nicht, dass es so ausschaut, aber so ob, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt so ausschauen wie ein Boxer, aber es muss nur so ausschauen. Nein, du musst wirklich so trainieren wie ein Boxer, sonst schaust du nicht aus wie ein Boxer. Du musst es dann halt auch wirklich tun. Und das ist es, was ich vom Sport gelernt habe, dass es dort nur, da gibt es keine Diskussion, ob es schnell oder langsam ist. Da gibt es eine Stoppuhr. Und da kann keiner sagen, ich bin eigentlich da viel besser als Skifahrer, als ich, nur leider habe ich. Nein, vergiss, Zeit, wie viel, drei Zehntel hinten, danke. Nicht einmal die Qualifikation geschafft. Das ist dann dort die Realität. Da gibt es keine, kannst nicht Geschichten drucken. Und bei allen anderen Sachen kannst du Geschichten drucken und das Ding so dran, dass es was ganz geschissen ist, auf einmal super wird. und das ärgert mich so, weil das einfach nur über Kommunikation redet und auch aus meiner Sicht über Verblödung der Menschen. Du kannst es nur, indem du die Menschen immer mehr verblödest, dass sie jeden Schwachsinn einfach dann glauben oder nicht einmal hinterfragen. Also das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, und darum hat mich das auch so geärgert, und dann bin ich dann auch manchmal auf die Strasse gegangen, weil einfach diese Art, wie das kommuniziert wurde, wie das, ob man das Bild, die diese Texte schreibt, dass so ein Text schreibt, ja wer, diese Texte, die sie gesprochen haben bei der Pressekonferenz, jede Woche, damit man am Samstag weiß, was man machen darf und was nicht, das hat ja wer geschrieben. Und wenn jemand so einen Text so schreibt, was hat der für ein Bild, von dem Menschen für die das schreibt. Wenn ich ein Kinderbuch schreibe, schreibe ich das, ich weiß, es sind Kinder bis maximal 10, dann muss ich es so schreiben, ich kann keine wissenschaftliche, Abhandlung schreiben, das werden ich nicht verstehen. Umgekehrt, wenn ich ein Wissenschaftler bin, wäre ich so schreiben müssen, dass jeder weiß, ich bin eher ein Wissenschaftler, wäre viele Fremdbörter, etc., etc., ich muss wissen, wie ist mein Publikum. Und wenn man die Texte, wie sie sich vorgetragen, wenn man das anhört, wie das vorgetragen wurde, weiß ich, die halten uns einfach für däppert. Die halten die, die das schreiben, nicht die, die das vortragen, weil die kriegen das wahrscheinlich auch nur. Die halten uns einfach für däpperte, die man die Welt erklären muss. Jetzt kann es sein, dass sie auch teilweise vielleicht sogar recht haben. Aber trotzdem kann man es nicht machen. Ich kann mich nicht nur aufgrund meines Amtes oder einer Position so über andere drüber stellen und über andere drüber fahren. Das kann ich nur dann, wenn die, die anders funktionieren, so eine verschwindende Minderheit sind, dass es wurscht ist. Aber wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann geht das nicht mehr. Und die Rechnung kriegen sie noch. Das ist nur noch durch. Wir sind jetzt gerade schon... Ja, weil wir über Autoritäten gesprochen haben, zusammen auf das Kommen. Tief im politischen Aktivismus eigentlich irgendwo drinnen, weil du hast ja... Es hat ja wahrscheinlich auch bei dir eine Wende gegeben. Du bist eigentlich immer bekannt gewesen als Schauspieler, Kabarettist. Und was macht es dann mit dir, wenn du aber quasi dann als Schauspieler in die politische Richtung gehst? Was sagst du dazu? Weil das kann ich ja ausschlagen. Oder ein anderer... Weißt du, wie ich meine? Also... Also... Ich habe meinen Beruf 20 Jahre so gemacht, wie ich gemacht habe, sage ich jetzt einmal. War kommerziell sehr erfolgreich. Der Nachteil davon ist, dass man prominent da ist. Siehst du das als Nachteil? Furchtbar. Furchtbar. Das ist schrecklich. Weil ich begegnete keiner neutral. Bisschen eine Projektionsschläche. So ist es meine Eltern. Meine Eltern. Die haben sich... Wenn sie von mir geredet haben, nur über das Image von mir... Also das Bild, was sie von mir... Das war das Gesprächsthema. Es ist überhaupt nicht mehr... Ich wollte mir das nicht mehr geben. Es ist nur das, ja. Und mir wurde eigentlich immer oft vorgeworfen, weil ich leider blöderweise mit meiner Art Theater zu machen, zuerst als Ensemble und dann allein reingerutscht bin in dieses Kabarett. Da habe ich überhaupt keinen Zugang dazu. Gar nichts. Ich bin Schauspieler, der Stickel spielt, der Geschichten erzählt. Zuerst haben wir es zu viert, zu fünft, zu zweit erzählt. Dann habe ich auch angefangen, dieselben Geschichten alleine zu erzählen. Es geht immer um ganz banale Dinge. Ein Mensch, der Haus baut, ein Mensch, der Hobbysportler ist, einer, der ein GTI hat. Also ganz banale Dinge. Ich habe nie einen Politiker beim Namen genannt in meinem Programm. Ich habe nie über irgendwelche politische Richtungen, über links und rechts oder so. Das ist nicht vorgekommen. Und das haben sie mir vorgehalten. Gerade sie, sie müssen doch das nützen, dass wir da kritisch auch und so gewissen Themenpositionen. Also das haben sie damals vorgehalten, dass das nicht kostet. Natürlich, die Presse. Die haben sich urgeärgert, dass einer, der über Autos redet, wahnsinnig viel Erfolg auf der Bühne hat, war er nicht über den Weltschmerz und über den Hunger in Afrika. Er spricht dann über Autos. Man kann ja nicht über sowas als kritischer Mensch solche Themen machen. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht haben sie sogar recht. Das haben wir wirklich gedacht, vielleicht haben sie eigentlich recht, dass, wenn man schon das Glück hat, dass einem Leute zuhören, dass man auch die Aufgabe hätte, ein bisschen was zurückgeben, indem man bei manchen Dingen Position bezieht. Oder öffentlich was sagt, das finde ich nicht in Ordnung. und so und so und so und so. Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, da sind wir wieder beim Springen. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Weil auf der Bühne oben stehe, im Theater, und dann groß Politik machen und sagen, man weiß ja, wie es ginge und so und sich in Applaus hören vom Publikum, wenn man auf die richtigen Seiten schimpfte, das ist leicht. Aber dann stellt er mir an die Front, dann schaut er auf, wie es nämlich wirklich ist, auf dem Spielfeld, was sich Politik bei uns nennt. Und dann sagt er, okay, dann mache ich das. Dann schauen wir das jetzt an, wie das ist. Aber warum? Weil man sagt dann, bitte, wer hat denn die Möglichkeit? Wer hat heutzutage als Bürger in dem Land die Möglichkeit, nicht bei einer Bundespräsidentenwahl, sondern bei einer Nationalwahl zu sagen, ich habe eine Idee, eine Lustige, ich möchte bundesweit auf der Liste stehen. Das ist nicht so, dass du das einfach machst. Das schauen wir jetzt an. Und für mich war auch der Tag, wo klar war, es wird einmal in der Geschichte der österreichischen Nationalratswahl wird stehen, meine Stimme gilt. Das wird nie wieder stehen. Du kannst nur weder ungültig wählen oder jemandem, dem du halt vertraust aus irgendwelchen Gründen oder gar nicht hingehen. Aber einfach praktisch einen Protest, eine Botschaft zu hinterlassen, die aber gültig ist, nämlich meine Stimme gilt, das wird es nie wieder geben. Und da habe ich gedacht, das ist eine lustige Idee, ich mache das. Und dann habe ich die Idee entwickelt und so und habe das gemacht. Und das ist nie mein Wahlergebnis gegangen, das war vollkommen wurscht. Ich habe das so lustig gefunden, wie ich in die Wahlzelle gehe. Ich, der schon sehr lange ungültig wähle, also ich gehe hier, aber wähle halt ungültig, weil ich mit dem Angebot nicht wirklich zufrieden bin, was es da gibt, weil mich da nirgends findet bei dem. Und da haben wir gedacht, schau, da steht ja was, das ist, wo ich sage, ah ja, heute gilt es, meine Stimme. Und da wird nicht im Beuken stehen, ungültig waren so und so viele, also wird stehen, die Partei, meine Stimme gilt, haben so und so viele. Das waren die ungültig, ein Teil der ungültig Wähler. Und das war das Projekt. Also es hat nichts mit wirklich jetzt in der Politik was zu tun, sondern einfach nur, um vielleicht einmal aufzuzeigen, was ist das überhaupt, was wir Demokratie nennen? Was sind Parteien? Was machen die eigentlich? Für wen? Für wen arbeiten? Für wen ergreifen die Parteien? Warum brauchen wir überhaupt eigentlich noch Parteien? Woher kommt das? Da könnte man so viele Fragen stellen, aber man braucht sich jetzt eh nicht mehr stellen, weil es passiert ja. Es zerfällt ja alles. Die ganzen alten Strukturen, mit denen ich, meine Eltern, noch aufgeworfen, das gibt es alles nicht mehr. Weil es war, wenn wir Österreich nehmen, haben sich zwei Parteien, also zwei Blöcke, die noch in die 30 Jahre im Gemeindeleben aufeinander geschossen haben, muss man dazu sagen, haben sich das Land aufgeteilt. Haben überall eine Leitsitzung gehabt, haben sich das Land aufgeteilt. Und dann hat es noch die alten Nazis, die paar mit einem Zweitprozenten, was die man beteiligt hat, das war es. Damit war Ruhe im Land. Und plötzlich hat er angefangen, was zum Arbeiten. Und jetzt ist es die... Also der Umbruch für mich war die vorige Bundespräsidentenwahl. Das war für mich das, wo man gesehen hat, was ist. Weil das, was nach außen getragen wurde in der Diskussion, war ja dann, das Land ist polarisiert, weil der eine ist der Van der Bellen und der andere ist der Herr Hofer. Nein. Weil das Land schon lange vorher polarisiert war, ist das eine der Van der Bellen und das andere der Herr Hofer. Und der rot und der schwarze Kandidat kommt immer mehr vor. Also nicht das... Ich meine Ursache und Wirkung, glaube ich, ein bisschen vertauscht. Weil das, was jetzt passiert, es gibt sehr viele Leute, die merken, es geht sich nicht mehr aus. Und dann gibt es die, die merken, es geht sich gerade noch aus und ich muss das bewahren. Also die, für die, dass es ihnen noch ausgeht. Die müssen alles tun, damit es so bleibt, wie es ist. Und die, die schon weg sind, die schreien natürlich, logischerweise. Und diese Kluft, die wird immer, immer größer und immer massiver. Wenn man das schon angeschaut, wie auf die Demos war, bei den Maßnahmen, gegen den Demos, wie man das angeschaut, zweimal auf einem Bündnis oder das Gerät, ich sage immer, tut das, was sie nicht hören wollen. Das ist auch so ein Konzept in meinem Leben. Du musst immer, wenn du irgendwo bist, wo eine gewisse Klientel ist, mit einem gewissen Weltbild, kannst du nicht hingehen und das bestätigen. Du musst denen total dagegen reden. Nur so macht es einen Sinn, sonst passiert ja nichts. Und wenn du es immer wieder bestätigst, dann ist es Realität. Aber da hast du ja sehr viel Kritik geerntet, dass du da dort warst. Nein, nicht nur. Ich war total viel Lob von der anderen Seite bekommene. Aber wie gehst du damit um, wenn du da quasi bei einer Impfdemo dort bist? Also wie ich damit umgehe? Ja, also man positioniert sich auf eine gewisse Art und Weise und mit dieser Positionierung, das gefällt manchen und gefällt manchen einfach nicht. Naja, das ist auf der Oberfläche. Aber da gibt es ja nicht ein Ja oder Nein. Das ist dem so vielschichtig. Da gibt es entweder bist du da oder da. Bist du für uns oder bist du für die anderen. Und das ist das Problem, was wir haben. Dass wir aus einem Sachthema, wo es man wirklich total diskutieren könnte. Das geht bei vielen Themen, die jetzt Themen sind. Das kann man wirklich kennen, total sachlich. Aber es hat keiner mehr Lust, irgendwas sachlich zu thematisieren oder drüber zu reden, weil die Zeit ja nicht da ist. Es reicht, wenn du das Gegenüber, wenn du weißt, das hat eine andere Meinung, brauchst du das Gegenüber niederzuhacken und dem irgendwas umhängen, was er jetzt gerade ist. Und das machen beide Seiten. Das ist nicht nur von anderen Seiten. Nur was ich sagen wollte, was ich gemacht habe, ich habe mich dann am Arm in den Ring gestellt weil dieser ganze Zug gegen den Uhrzeigersinn des Rings sind die dann marschiert. Und da bin ich sicher dreifelstunden gestanden, solange das dauert, bis alle vorbei waren. Und ich habe mir das angeschaut. Nämlich das, was ich immer mache, Menschen anzuschauen. Was sind das für Leute? Und ich sage jetzt einmal, ein Großteil, der, die an mir vorbeigegangen sind, sind die, die schon verloren haben. Also die gehen nicht nur wegen den Maßnahmen oder weil sie impfgegen sind. Die gehen, weil es ein Aufschrei ist, wir haben schon verloren. Und die wissen das, die spüren das. Und da gibt es immer mehr. Und irgendwann einmal fängt das vielleicht dann ins Kippen an. Also das wird jetzt wirklich, ich glaube, dass wir auf eine sehr, sehr aufregende Zeit zusteuern. Also wo sich wirklich wahnsinnig viel jetzt in irgendeiner Richtung bewegt. Es wird sich viel jetzt klären, weil es eben sich auflöst, weil es nicht mehr so zu, die Geschichte, die darüber erzählt wird, ist nicht mehr haltbar. Und das war vielleicht das Positive von dieser Pandemie Geschichte und den Maßnahmen und allem, was passiert ist, dass da jetzt was in Bewegung gekommen ist und es sichtbar ist. Dass das, was eh schon da war, jetzt aber noch so richtig sichtbar ist. Ich würde gern erstens einmal sagen, dass wir da jetzt seit einem Viertelstunden reden. Das heißt, wir sind über der Zeit und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil dir kann man lang zuhören und vielleicht hätten wir es doch als zwei oder drei Stundenformat konzertieren müssen, weil ich glaube, du könntest das gut fühlen. Ich wollte es nur mal kurz als zeitlichen Marker uns sagen. Das andere, was ich sagen wollte, ist, du hast jetzt am Ende gesprochen über so, was kommt vielleicht in einer möglichen Zukunft und oft denke ich dann in so einer Situation, ich habe ein Patenkind, die ist jetzt nächste Woche 17 und hat ja noch hoffentlich ihr ganzes Leben vor sich und wir reden sehr viel über alle Themen, die da sind und du hast auch eine erwachsene Tochter mittlerweile. 21, ja. Genau und redest wahrscheinlich mit dir auch über viele Dinge und mit dem Wissen, das du heute hast, mit der vielen Erfahrung, was sind so Themen, die du, auch wenn es vielleicht komisch ist, wie ich sage, aber was ist was, was du denkst, da kann man jungen Menschen auch nochmal was mitgeben bezüglich Vertrauen, bezüglich an sich glauben, weißt du, du gehst in den Wald, was für mich, ich hätte Angst, du hast nicht Angst, für dich selbstverständlich, aber was kann man da mitgeben, auch wenn die Jungen vielleicht sagen, ja, brauchst man gar nichts mitgeben, gib mir Geld. Auch verständlich. Zuversicht. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich die Aufgabe ist, von jemandem, der jetzt fast 60 ist, an 20-jährigen Menschen zu sagen, was er jetzt zu tun hat oder was man glaubt, was jetzt richtig ist. Das wissen die schon selber, weil ich mit 20 auch gewusst, ich habe nicht vom Vorderen zu sagen lassen müssen, sondern von irgendwem, wo es jetzt eigentlich richtig ist. Es kommt dann erst wieder eine Phase in deinem Leben, dann später, wenn du ein bisschen gesettelt bist und so, weißt, was du nicht willst, zumindestens, wo immer noch nicht weißt, was du willst, dass du dann anfangs vielleicht Bücher zu lesen, auch ältere Bücher, die schon vor einigen Jahrhunderten geschrieben sind und so und dann einfach dein Bild der Welt ein bisschen korrigieren kannst oder es zumindest erweitern kannst. Das kann ich jedem auf die Reise mitgeben. Du wirst auch auf das stoßen, was dann vielleicht mehr Substanz hat als diese ganze blinke, blinke Welt, in der du jetzt gerade drinnen bist. Du wirst sehen, dass es vollkommen bedeutungslos ist, dass es Sachen sind, die sind nicht modern oder unmodern oder die sind vollkommen zeitlos, weil es ist immer richtig. Wenn man sich Seneca heute liest, ja, und er schimpft über die Jugend von heute, ja, was hat sich geändert? Nix, es ist egal, ja, aber meine Tochter, natürlich, weiß jetzt auch nicht, was du, weil sie ist auch noch 20, nein, die hat materiert im 20er-Jahr, ja, und wenn sie mich jetzt fragen, wie du jetzt, tut es eh nicht, aber wenn sie mich fragen, du, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen, sage ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich mache, aber ich kann nicht an 20-jährigen Menschen sagen, was du machen sollst. Ich habe meinen Plan B, den habe ich, für mich ist alles gut, wurscht, was jetzt kommt, es ist sowieso, es ist sowieso immer alles gut, aber jetzt zu sagen, denen, puh, schwer, also, aber es ist nicht mehr, noch einmal, es ist nicht meine Aufgabe, die werden ihren eigenen weggehen. Warum ist bei dir immer alles gut? Hast du gerade so artikuliert, ich denke mir, das möchte ich auch sagen können. Weil es Dinge gibt, die ich nicht verändern kann. Ich erkenne, ich kann das jetzt nicht verändern, dann ist das so, das ist der Strom, der Strom der Zeit. Siehst du, weil ich das jetzt gesagt habe, weil ich auf der Demo, wo ich war, habe ich, vor der Votivkehre, auf der Bühne bin ich aus, und da sind alle geschehen, warte, und da hat die übrigen, ah, Widerstand, was weiß ich, was alle geschehen haben. Und ich habe ihnen dann praktisch in Kürze probiert, vorhin das zu erklären. Es gibt den Strom der Zeit, den kann niemand von uns ändern, das ist einfach der Strom der Zeit. Und das hat zwei Möglichkeiten, wie du schwimmst mit dem Strom, oder du schwimmst dagegen. Also, meine Phasen des Lebens waren die Jahre der vollkommenen Orientierungslosigkeit, das ist das Kind, wo da erst wieder Orientierung geben muss und du für jede Orientierung dankbar bist, und sagst, ah, Gott sei Dank, jetzt weiß ich, ja, und zwölf ist Mittagessen. Dann kommt die Zeit, bei meinem Leben, auch wenn, nach Aussehen, ich der kritische Kabarettist, wo ich vollkommen mit dem Strom geschwommen bin, weil das Mantra war, mehr. Bessere Quoten, mehr Zuschauer, mehr Erfolge, bla bla, das war so ein Ding. Und dann kam die Phase, wo ich mir gedacht habe, ui, das ist immer mitschwingend mit dem Strom, was unterscheidet mich dann von den anderen, die die Umkehrung gemacht habe, jetzt schwimmen wir mehr Zeit, und gegen den Strom. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, Moment einmal, es ist scheißegal, ob ich mit dem Strom schwimme oder gegen den Strom, ich lasse mich noch immer vom Wasser tragen. Weil auch die, die gegen den Strom schwimmen, erleichtert das Wasser, das Fortbewegen, weil sie auch getragen werden. Und ich habe gesagt, okay, und ich mache jetzt das, was am geschießendsten ist, ich schwimme ans Ufer und nass wie ich bin, stelle mich außen hin, schaue mir das von außen an und denke mir, dann schwimmt es in der Ane, ich denke, an mir ist wurscht, ich kann auf meinen eigenen Füßen stehen. Das ist mein Konzept, darum sage ich immer, es ist alles gut. Es ist, ja, weil ich stelle jetzt wirklich so daneben. Aber das ist auch dank meines Alters, weil eigentlich vieles schon erledigt ist und ich muss auch nichts mehr. Ich muss nichts. Wenn sie mich ausladen jetzt irgendwo, sie können nicht mehr bei uns spielen, sie dürfen nicht zu der Flimpe Meere, weil wer mit Nazis marschiert, hat bei uns nichts verloren, da wusste ich alles. Ich habe keine Notwendigkeit, dass ich bei irgendwas dabei bin. Die gibt es nicht, weil ich ja im Wald gut zurechtkomme. Ja, und große Erfolge hast du sowieso schon gefeiert. Ja, aber das ist auch wurscht. Das mit den großen Erfolgen, was kann man denn kaufen? Aber in dem Moment hat es da viel gegeben, oder? Ich meine, neben beim Muttertag, wie du den Muttertag gemacht hast, war das für dich nicht, wenn du ganz Österreich kennst und jeder schaut den Fernseher und sagt, ah, der Thüringer, ist das nicht geil gewesen? Das ist am Anfang kurz geil. Also wenn du das machst, auf einmal kennst du dich ja, ah, Wahnsinn, gehst du nicht im Fernsehen? Ja, ja, ja. Nur irgendwann wird das zu deiner Lebensnormalität und jemand belastet das auch. Also, darum sage ich, also meinen Beruf auszuüben, so wie ich ihn verstehe und wie ich ihn ausübe, mit der Intensität, wie ich mich auf etwas einlasse, das ist super. Nur, mir war es am liebsten, die Vorstellung ist aus, ich gehe hinten bei der Tür raus und keiner weiß, wer ich bin. Das hätte ich mir aber überlegen müssen vor 40 Jahren, nämlich als Kunstfigur auf der Bühne, behaupte, ich bin das und das und dann schmink ich mir und gehe raus und keiner weiß, wer es ist. Das wäre eigentlich das gescheitere Konzept gewesen, aber, ja, es ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Ja, also deine Geschichten, die du gemacht hast, waren ja immer, wie du gesagt hast, nah an Menschen und man hat sich damit identifizieren können, ein Hinterholz 8, es gibt ganz viele Heiselbauer. Zu der Zeit, wie der Film rausgekommen ist, muss ich gleich mal dazu sagen, mein Papa war ein sehr großer Fan von dir eigentlich, also der Hinterholz 8, das war eigentlich so wie bei uns daheim ein bisschen und wir haben ein Hobby gehabt, also als Familie, wir sind immer zu Heirigen gefahren und am Samstag, Sonntag, sind wir mit der Familie halt losgefahren, irgendwo in der Umgebung und ich komme ursprünglich aus Würmler. Ich weiß nicht, ob da der Name was sagt. Sicher. Ja, genau. Und wir sind irgendwann einmal in die Gegend bei Böhm-Kirchen gefahren, wo auch Heirigen dort und dann gibt es Hinterholz. Und dann gibt es Hinterholz und dann hat es, da wird der Thüringer irgendwo wohnen jetzt. Da haben wir uns immer halt rausgeschaut bei den Fenstern so wie, weil ich bin aus einer Bauernfamilie und wir haben immer geschaut, ah, da Guggeroth ist so hoch, weißt du, so Konkurrenzrecherche. Oder wir haben geschaut, ah, da haben wir schon das umgebaut und das, also das war wirklich so Beobachtung der Gegend. Und dann hat es geheißen, jetzt schaut es einmal raus, wenn es irgendwo lauter Motorraden steht, so die lauter Autos, da wohnen dann wahrscheinlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob du da gewohnt hast, irgendwo bei einem Motorrad bist du ein Stäblin. Und ich denke mir, das war ja, dadurch, dass du so eine total nahbare Person bist, hat man das Gefühl gehabt, man kann das machen. Also man könnte das Stäblin, man könnte bei dir anleiten und sagen, hey Servus, da bin ich, rede mal über deine Motorraden. Aber natürlich ist das auch wahnsinnig anstrengend, kann ich mir vorstellen, wenn da immer wieder die Leute glauben, wir kennen einen und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, wie geht es dir damit? da hast du vollkommen recht, das ist das, was mich eigentlich auch auffällt, dass wir die Leute grüßen, wir uns kennen, weil sie mich noch nie gesehen haben. Ja. ich sehe, was machst du da und so. Wenn ich einer von ihnen bin, sozusagen. Aber das ist auch deswegen, wie ich das bin. Ich bin ja, ich habe nie den Ansatz gehabt, okay, jetzt bin ich ja eigentlich berühmt, jetzt muss ich woanders hinziehen und jetzt muss ich das eigentlich in einem Haus in einem Toscan, wäre auch super, oder das, oder jetzt doch einen BMW kaufen. Das bin ich nicht. Ich habe einen Toucher, ich habe alles mit einem Toucher umeinander und das ist mir wurscht. Also, das bin überhaupt, also ich brauche dieses Ganze, also was mich so an meinem Leben immer gestört hat, in der Phase, wo man sagt, das war so der, der Höhepunkt der kommerziellen Karriere ist, dass ich mit so vielen unendigen Sachen auch beschäftigt war und eigentlich das, was ich so gerne mache, auch nicht mehr auf der Bühne stehe oder vor der Kamera spielen, ins Hintertreffen gekommen ist, weil dann bist du bei der Sendung eingeladen und du bist Gast, der will sich mit dir treffen und so und ich habe dann da, und bei dem Essen bist du eingeladen und da ist die Programmpräsentation und dann bekommen sie einen Rommi, dann steht dort unter lauter Leute, wo man denkt, was mache ich bei dir, da komme ich ja überhaupt nicht hin und ich habe mir gedacht, wie komme ich aus der Nummer raus, wie komme ich aus der Nummer raus, dass ich mir das alles erspare, aber trotzdem das weitermachen kann, was ich will, weil klar, ich hätte gesagt, okay, aus, ich gehe jetzt auch zum Theater spielen und überhaupt, ich ziehe mich jetzt zurück auf eine Almhütte und das wollte ich, ich wollte ja weiterspielen und das einzige Konzept, was ich mir gefühlt ist, ich ändere das, was ich auf der Bühne mache, so radikal, dass ich mir nicht mehr auf die Schulter klopfe und sage, das ist ein Arschloch und das habe ich schon oft, das ist wunderbar gelungen, das ist jetzt so, die Essenz des Publikums ist geblieben, das geht gut und sonst, was Medien betrifft uns, also mittelhaft, da kann ich irgendwas mehr, also das, den brauchen wir nicht, den Wahnsinn, ich habe Gott gesagt, den Status, der hat er gleich schon, das ist super, weil ist der Ruf einmal runiert, lebt er sich sehr ungeniert, das ist super, ich kann, Sachen machen, die sich andere nicht trauen, das war mein Vorteil, jetzt in der Pandemiegeschichte, ich habe aber, auch wenn es falsch ist, was ich mir gedacht habe, ich habe es wenigstens gesagt, weil man nicht, was ist es, wenn ich das jetzt sage, es ist mir aber egal, aber die anderen haben sich alle angeschissen, dass sie Nachteile haben, das ist das Falsche, wenn man möchte, auf der richtigen Seite sein. Das ist aber dann ein Privileg in dem Fall. Das ist ja total, weil das haben wir irgendwie erarbeitet. Ich hätte ja in der Arschloch gesagt können, dass ich angewiesen bin, dass ich beliebt bin, dass mein Geist, er muss beliebt sein, sonst werde ich unglücklich. Und das bin ich aber nicht. Ich muss nicht beliebt sein, ich muss es niemandem recht machen. Wie viel besser könnte ein Schlusswort sein? Ja, es gibt noch eine Kleinigkeit von uns, bevor du jetzt gehst, das haben wir jetzt nach hinten angereiht. Naja, du hast einen Film gemacht, der heißt Muttertag, der hat uns alle stark geprägt, dieser Film, und deswegen kriegt es jetzt ein kleines Muttertagsgeschenk. Ach so, okay. Also, als Mutter braucht man immer Blumen, oder was? Sicher. Blumen, die kannst du dir in deinen Garten einpflanzen, was auch immer. Dankeschön. Schau dir das an. Vom Obi extra. Ja, super. Und dann kriegt man als Mutter immer irgendwie Süßspeisen, also du hast, ja, ich weiß, also du schaust jetzt stark auf deinen Körper, das ist eh vegan und alles Mögliche, aber ich habe dir da statt, statt dass du da irgendwelche Kerzen raufbekriegst, kriegst du Zündkerzen dazu. Boah, das ist super. Das sind nur symbolisch, ich weiß nicht, ob du so einen Rosenmacher hast, wo die eine passen. Also ein Rosenmeerkerzen. Ja, Rosenmeer habe ich. Was sind sie für ein Bosch? Schau es dir an, sonst gebe ich dir die Rechnung mit, du kannst das beim Skonzen umtauschen. Nein, das passt schon. Super, Zündkerzen kann man immer brauchen. Und Pudelti nicht auf, Hustinettenbär, war ein wahnsinnig toller Spruch. Es hat nirgends Hustinetten gegeben, deswegen haben wir noch die nehmen da einfach Hustenbonbons mit einem Bär drauf. Dankeschön. Herzlichen Dank, ja. Gerne. Gut, dass ich einen Rufsack mit habe. Ich habe auch eine Tasche für dir. Ich wusste, vielleicht kommst du mit dem Zug und du musst irgendwie... Nein, nein, ich bin jetzt Hustaus. Geht schon, alles gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit und für deine Geschichten und für die Einblicke. Ja, gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann über die Leute so drüber fahre, weil ich so viel dann zu sagen habe. Nein, wir sind nicht unbedingt da, damit die Käfer und ich reden. Also wir haben tatsächlich wollen ja wissen, wer du bist und was du so denkst gerade. Ja, das hat auf jeden Fall gepasst. Schön, wenn ein Interview nicht zum Gespräch verkommt, oder wie sagt man? Nein. War super, ja. Super. Passt. Dankeschön. Danke dir. Danke. Philipp, wir haben ein paar Sekunden überzogen. Dankeschön. Haha. Audiamu. Plus. Wir hören uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017